...form präsentiert, hat die Delft-Challenger in Portugal gewonnen, sich von Fulda durchzusetzen. Für die Liga ist es spektakulär. Vorher! 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 Kann er nicht! Aufstatt zu lang! So, zweiter Satz! Ganz konsequent nach! Vorher! Natürlich das Turnier noch in die Knochen! Vorher! 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 Ist Thank You ein Weg zurück ins Match? Oder kann... ...Rückschlagsituation gewonnen? ...Koate! 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 Das ist der Start! Auf 1 zu 2 zu verkürzen. Jan Schuhe! Das ist der erste grad genutzt! 1 zu 2 zu verkürzen! koate! Ja! Der erste Tag genutzt! Ein ganz kurze Bewegung! Tempo, ein Gegner mitgenommen, 2-2. Schon hoch insgesamt. Kommt so ein Lolli drauf. Angenommen. Und den lässt er liegen. Im ersten Ballwechsel hatte Dangdi. Bewusst passiv zu spielen, aber ein bisschen im Rücklaufen. 2-2. Aus Vorhandseite möchte ich natürlich gerne mit Rückhand weiterspielen. Oh, das ist stark. Bällen über dem Tisch, Rückschlägen. Und auch mal mit Rückhand reinzugehen und selber bei den Armen zu spielen. Lag ich falsch. So, jetzt... Mit dem zweiten Kontakt. Und jetzt heißt es zwei Matchbälle zum 1-1. Ja, eigentlich auch dann vielleicht verdienter Sieg. Wenn es natürlich auch super knapp war. 1-1 für Pause. 20 Minuten. Bis zum 1-1. Du bist bist. Und wieder mit1� die Welt. Kommt dann. Und das bis zum 1-1. Bis zum 1. stem.